Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, heute am Donnerstag, dem 7. Juni 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 388 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Apple Music, Trial-Versionen, Podcasts, SSB Flex, Doppeldisplay und Paypal Schweiz. Und nein, ich habe mich beim SSB nicht versprochen, das sollte nicht SBB heissen. Weshalb? Da komme ich gleich dazu. Aber ich musste dreimal anfangen, weil ich mich versprochen habe. Neu bei Apple Music gibt es ein paar Dinge, die in der Beta schon rausgeguckt haben, respektive die Entwickler und solche, die, finde ich, darum gestochert haben, gefunden haben. Leider erst in der Beta und noch nicht final drin. Ihr habt die Möglichkeit, jetzt mit Suchen nach Texten, wie Not Your Homie hier jetzt als Beispiel, und dann kommt ein spezielles Lied, wo das vorkommt, also wo das in den Lyrics vorkommt. Solche Dinge sind sicherlich sehr praktisch, wenn man noch irgendwie ein Rhyme oder irgendwas sonst, ein Stück, Bruchstück von einem Lied weiß, kann man es einfach eingeben. Und wenn man Glück hat, findet man den Song. Weitere Verbesserungen sind aber auch schon in der 11.4, also dem, was alle jetzt haben zur Verfügung, rausgefallen. Jetzt kann man zum Beispiel, wenn man während dem Lied hören, auf den Titel drückt, bekommt man so ein Overlay-Fenster, wo man dann weitere Musik vom Künstler, das ganze Album oder auch Playlists, wo das Ganze drin vorkommt, sich anzeigen lassen kann. Also ein bisschen was Kleines fällt raus unter dem Jahr, aber die meisten grösseren Neuerungen leider nur mit den grossen iOS-Steps. Hier dürfte Apple deutlich schneller nachliefern. Was auch cool ist, für Entwickler vor allem und schlussendlich dann auch für euch, Apple bietet eine rudimentäre Web-Anwendung an, ist nicht unbedingt dazu gedacht, dass ihr euch Apple Music im Browser anhören könnt, vielmehr, dass andere Entwickler Apple Music in ihre Apps integrieren könnt. Und da wird es dann sicherlich spannend. Weiter geht es auch noch mit den Themen zu Apple. Aktuell ist ja die WWDC und da gibt es viele Neuigkeiten für Entwickler, die auch nicht nur Entwickler interessieren, sondern auch euch. Etwas, was man sich schon länger bei Apple wünscht. Normalerweise, wenn man eine App gekauft hat, die dann nicht das bringt, was man möchte, kann man ja das Geld zurückfordern bei Apple. Das funktioniert, wenn man es nicht übertreibt in der Menge, auch relativ gut, aber dennoch ist es in dem Sinn umständlich, weil man muss selber aktiv werden. Jetzt wird es bald soweit sein, dass Apple Trial-Versionen anbietet. Und zwar im macOS App Store genauso wie im iOS App Store. Heisst, ihr könnt dann Apps, so wenn das die Entwickler anbieten oder bewilligen oder möchten auch logischerweise umsetzen, die App ausprobieren. In welcher Form, wie das Ganze gehen wird und so weiter. Das weiss man noch nicht. Auch noch nicht genau, wann es starten wird. Ob es erst mit iOS 12, also im Herbst soweit ist, oder ob es jetzt dann bald schon kommt. Das werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Ich bin schon mal gespannt. Und noch mehr gespannt bin ich natürlich, wie sich denn das auf die Verkäufe von Apps auswirkt. Weil, ja, wenn man mal so ein, zwei, drei Währungseinheiten in eine App angeschossen hat, die dann doch nichts ist, hat man es einfach sein gelassen. Wenn man jetzt das Ganze ausprobieren kann, könnte generell das Ganze ein bisschen zurückgehen. Aber wir dürfen gespannt sein. Bei Apple ist es ja nicht so unmöglich. Auch gibt es Neuigkeiten von Seiten Apple im Bereich Podcasts. Wie wir schon Anfang der Woche mitbekommen haben, ab iOS 12, oder besser gesagt, der Watch OS 5 Version, könnt ihr dann das Ganze auch über die Watch anhören. Und jetzt noch mal was Neues. Aktuell gibt es über 555.000 verschiedene aktive Podcasts bei Apple im Verzeichnis drin. Und die haben 18,5 Millionen Episoden. Richtig tolle Geschichte. Also ihr seht, Podcast ist kein Nischenprodukt mehr. Doch, ist es immer noch. Aber zumindest ein breites und ein sehr vielfältiges Nischenprodukt, würde ich doch sagen. Und beim Thema Podcast bleiben wir gleich. Sheldon County nennt sich der neuste Podcast, der aber nicht von Menschen gesprochen wird, sondern von der Amazon, wie heisst die Lady, Polly. Die kann ja verschiedene lebensechte Stimmen imitieren. Und ist eine KI mit der eben, oder eine Stimme für eine KI, welche eben jetzt Podcast von einer, wie sagt man dem, von, von, ähm, ein Podcast, der sich um eine, ein Podcast, der sich um eine imaginäre US-amerikanische Kleinstadt dreht, verschiedene Charakteren bespielt, etc. und das alles eben, wie gesagt, aus einer KI heraus. Müsst ihr euch anhören, einen Link dazu haben wir wie immer natürlich auf daily.geektalk.ch in der 388 in den Show Notes mit drin. In Deutschland bietet unter anderem die Bahn einen Dienst an, um die letzte Meile zu erreichen. Das Ganze gibt es in Berlin, in Hamburg, in München, Leipzig und Stuttgart. Nennt sich Clever Shuttle und die bekommen jetzt zumindest in Stuttgart Konkurrenz, nämlich von der SSB Flex. Nicht SPW, ähm, SSB ist ein regionaler Nahverkehr, oder ein regionales Nahverkehrsangebot in und um Stuttgart herum und die bieten jetzt in Zusammenarbeit mit Daimler, oder besser gesagt, der Daimler-Tochter Movel, wenn man das denn so ausspricht, einen ähnlichen Pilot an, um das Ganze auszuprobieren. Dafür gibt es eine App, über die ihr angezeigt bekommt, welchen Transportmittel ihr am besten nehmt, damit ihr am günstigsten und zu eurer gewünschten Zeit am Ort ankommt. Und ja, ausprobieren, wenn ihr in und um Stuttgart wohnt. Zeitlich leider limitiert zwischen 6 und 21 Uhr. Je nachdem, Donnerstag und Samstag geht es dann bis 2 Uhr in der Nacht. Sowas sage ich ja immer wieder bei solchen Angeboten, wenn ich es hier in der Daily oder im News habe. Ja, möchte ich hier in Solothurn auch haben, dann werde ich auch ein bisschen mehr außer Haus. Oder wohl, nee, Dinos hat es ja draussen vor dem Haus. Wenn ich damit anfangen kann, die aktuelle Geek Talk 28.17 kommt heute oder morgen online, dann wisst ihr, von welchen Dinos ich spreche. Unbedingt reinhören. Für all diejenigen, die das News-Format nicht kennen, geektalk.ch wäre das. Genau. Dann gehen wir noch zu den letzten beiden News. Es gab schon solche Prototypen. Und nicht nur Prototypen, sondern auch fertige Geräte. Gut, bei Microsoft hat man das, ja, schon, glaube ich, im Prototyp eingestampft. Kurier nannte sich das damals. War so ein Doppeltablet, so ein zusammenklappbares Tablet. Wer war das noch? Die lieben Lenovo. Genau, die haben ja solche Produkte mit zusammenklappbaren Tablets, was auf beiden Seiten ein Display hat und über das Display eine Tastatur eingeblendet bekommt. Intel bringt da jetzt etwas Neues, ein anderes Gerät, ein Referenzprodukt, wie es Intelie immer macht, um den Herstellern zu zeigen, was eigentlich aktuell so alles möglich ist. Das Spezielle an diesem faltbaren Doppeldisplay ist, dass auf der einen Seite ein normales Display ist, farbig, LCD etc. Glossy Screen, wenn ich das richtig sehe. Auf der Unterseite ist aber ein E-Ink-Display. Und darauf wird euch die Tastatur angezeigt, über die ihr tippen könnt. Doch nicht nur das, das Ganze soll sehr individuell einsatzbar sein. Neben der Tastatur, soll es auch die Möglichkeit bestehen, das Ganze mit einem Stylus zu bedienen und somit natürlich zum Beispiel als Notizblock zu nutzen, was dann direkt umgewandelt wird, in richtigen Text, durchsuchbar und etc., was es halt alles so gibt. Spannendes Ding, das von Lenovo, ich mag mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber, ja, ich kenne jemanden, der es hat, ist schnell an Freude vergangen. Ich hoffe, hier kommt mehr Freude auf, obwohl eben halt spezielles Gebiet im Bereich Schulung, Sektor und im Meetings und so weiter, denke ich, kann das deutlich mehr Sinn machen, als jetzt für mich zum Bloggen und Podcasten zu Hause. Aber wir dürfen gespannt sein. Eine letzte kleine Neuigkeit habe ich von Paypal und die betrifft die Schweiz. In der Schweiz dürfen wir nämlich das noch nicht, was ihr könnt, unter Freunden kostenlos Geld versenden. Das dürfen wir im Geek-Talk auch schon mal merken. Das funktioniert, sobald es über die Grenze geht, eben leider nicht mehr. Das ist jetzt zu Ende. Zumindest innerhalb der Schweiz, das muss ich noch herausfinden, ob es auch aus ausserhalb der Schweiz rausgeht, fallen jetzt diese einmalig 55-Rappengebühr plus die 3,5% auf den vollen Betrag weg. Heisst, unter Freunden kann man jetzt kostenlos Geld hin- und herschieben. Warum tut Paypal das? Ganz einfach. Die möchten natürlich weiter und tiefer hier auch im Schweizer Markt verwurzelt werden und in mehr Webshops kommen etc. Und natürlich auch bei Privaten vor allem viel mehr genutzt werden. Das waren es die News, die ich für heute, den Donnerstag für euch zusammen habe tragen können. Ich hoffe, ihr hattet was mitbekommen. Und ja, morgen Freitag gibt es nochmals eine Geek-Talk-Tale von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf eure Rückmeldung, euer Feedback in den Kommentaren oder auch über Social Media per Mail, per DM, was auch immer ihr mögt. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald, tschüss. Hört mehr Geek-Talk.